Oh man, das wird ganz harte Nummer hier. Das sehe ich ja jetzt schon. Ich war nur hoffen, dass meine Doppel-Sophias gut arbeiten, weil ansonsten habe ich hier echt ein Problem. Oh oh. Oh, hier hast du. Na komm, sollst du aufnehmen. Ja, Ruhe hier. Ich glaube, ich lasse die Peashooter vielleicht das nächste Mal zu Hause. Das wäre vielleicht eine coole Idee. Ah, ein Melonenkatapult. Da hin mit dir, Freundchen. Jetzt mal ein Blatt. Mal sehen, was du wirklich kannst. Obwohl das jetzt doof war, weil eigentlich hätte ich das Katapult nach hinten setzen müssen. Ach, ist doch scheiße hier. Irgendwie will mir das alles gar nicht gefallen. Das will mir einfach alles nicht gefallen hier. Mehr davon. Na, ich meine, haben sie dem von mir schon mal die Rübe abgehackt und irgendwie Oh Gott, oh Gott. Oh Mann, Joker, wo hast du dich bloß hier drauf wieder eingelassen? Hier hast du. Jawohl. Nimm schon mit. Bau ich halt einen neuen da hin, du Penner. Ey. Fuck, er geht mir voll auf die Nüsse, ey. Ah, das ist ja nicht mal zum Aushalten hier. So. Langsam könnten wir mal anfangen mit den Melonenkatapulten. Ich habe irgendwie gerade beschlossen. Oh, da kommt schon wieder so ein Assi hier, Assi, ey. Kommt auf, Sonnen, mehr Sonnen. Leute, ich brauche Sonnen, so geht das nicht. Ja, Ding. Hier hast du. So. Oh, da müssen die scheiß Dinger so teuer sein, ey. Das geht mir voll auf die Nüsse, ey. Ich will doch hier. Was ist da? Da hin mit dir. Nach mir die Sintflut. Ey. Was macht es? Ey. Du Lutscher. Oh Mann. Darf doch alles hier nicht wahr sein. Die Final Wave kommt und ich habe nichts. Gar nichts. Und da kommt ein fucking Leiterzombie. Du kriegst noch ein Körnel hier hin. Irgendwie müssen wir ja jetzt mal hier auf einen Nenner kommen. Ja, das ist toll, dass ich Melonen-Shooter habe, die ich schnell einsetzen kann, weil ich keine Sonnen habe. Das geht mir ziemlich auf die Nüsse. Ne. Ja, das sind so die Momente, wo ich mir dann immer sage, ey, der Hetzel auch eigentlich. Ne. Scheiße. Komm, jetzt schieß ihm schon den fucking Kopf weg hier. Oh, Gargandula. Wo hast du dich verkrochen, Penner? Ja, super. Ich bin auf dem Spot, wo ich nicht mitgerechnet habe. Aufkommt. Lass mich nicht hängen, Freunde. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Da ist nichts gut. Ja, hast du. Da. Nimm und geh mir nicht auf den Sack. Oh, fuck you. You fucking fuck fuck. Ja, hast du. Da, bitte. Ja. Oh, scheiße. Hallo? Hey. Rumpel. Ey, macht mich nicht schwach, Leute. Werde ich wieder an diesem letzten fucking Zombie-Crip hier wahrscheinlich. Jo, genau so sieht es nämlich aus. Genau so sieht es aus, Leute. Genau so. Jawohl. 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 So ist es richtig. Restart. Und wieder ein Zweiteiler. Spiel, du stößt mich langsam. Wichtig. Wofür gibst du mir Melonen-Dinger, wenn die viel zu teuer sind? Scheiße, ey. Na ja, gut. Nach einem langen Schweigen breche ich die Folge hier ab und wir sehen uns dann später. Bye. 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 еры放s. Vielen Dank.